Es ist nun niemand mehr zu Wort gemeldet, somit ist die Debatte geschlossen. Wünscht die Frau Berichterstatterin das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Volksanwaltschaftsausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 386 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die diesen Bericht zur Kenntnis nehmen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist Einstimmung und somit angenommen.